Ich wünsche Ihnen allen einen guten Abend. Mein Name ist Lisa Collins, ich bin 29 Jahre alt, bin aktuell als Softwareentwicklerin tätig, bin verheiratet und Mutter von zwei Kindern, sechs Jahre alt und drei Monate alt. Ich bin in Ulm geboren und in Ulm zur Schule gegangen, habe einen Großteil meines Lebens hier verbracht und wohne mittlerweile ein bisschen außerhalb von Ulm, weil ich eine der Personen bin, die sich zum Beispiel in Ulm keine Miete leisten kann. Soviel zum Thema sozialer Wohnraum oder bezahlbarer Wohnraum, um das mal anzumerken. Politisch war ich bei den Piraten bis vor, ich glaube, anderthalb, zwei Jahren. Ich war im Kreisvorstand, ich war als Bundestagskandidatin sowohl als Direktkandidatin als auch auf der Landesliste aktiv und bin irgendwann bei den Piraten gegangen, weil ich gemerkt habe, dass selbst glückliche Beziehungen sich irgendwann auseinanderleben können und die Piraten und ich waren eine sehr glückliche Beziehung, haben uns aber irgendwann leider auseinandergelebt. Deswegen bin ich mittlerweile parteilos und bin im Frühjahr diesen Jahres auf das Ulm sucht den Supergönner-Casting einer populistischen, schmierigen Kleinpartei gelandet. Und die haben postwendend drei Oberbürgermeisterkandidaten aufgestellt und mich hat es erwischt. Die anderen zwei Oberbürgermeisterkandidaten sind leider unterwegs verschütt gegangen, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, der Herr Milde ist einer von uns. Und das ist im positivstmöglichsten Weg gemeint. Ich habe den Herrn Milde beim Forum der Südwestpresse gesehen und ich muss sagen, Hut ab. Warum bewerbe ich mich als Oberbürgermeister? Ich finde, man kann nicht immer nur meckern, dass Sachen nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Weil ich finde, wenn man die ganze Zeit mit Schimpfen beschäftigt ist, muss man irgendwann mal seinen Hintern hochkriegen und es selber machen oder zumindest bereit sein, es selber zu machen. Und deswegen habe ich entschieden, ich bin nicht irgendjemand, der mit der Politik aufgewachsen ist. Ich bin einfach nur ein Bürger Ulms und ich habe mich ganz oft, gerade mit meiner großen Tochter, über Dinge geärgert, als ich noch alleinerziehend war, weil ich keine bezahlbare Wohnung gefunden habe, weil ich keinen Kindergartenplatz bekommen habe. Und das sind die Dinge, die ich selber erlebt habe, wo ich aus meinen Erlebnissen her sagen kann, da hakt es in Ulm und da gibt es Probleme und da fehlt noch was. Natürlich macht das allein kein Oberbürgermeister aus. Aber ich finde, man muss bei einer Wahl auch eine Auswahl haben und es muss vor allem einfach auch mal frischer Wind nach Ulm kommen. Ulm hat sehr lange den gleichen Oberbürgermeister gehabt und das ist nichts Negatives, aber jetzt ist einfach Zeit, neu anzufangen und mal was. Nein, das ist absolut nicht negativ gemeint, um Gottes Willen. Aber ich denke, man kann einfach nach so vielen Jahren auch irgendwann mal neu anfangen und frisch anfangen und vor allem auch junge Leute für Politik begeistern und mitnehmen, damit wir keine Generation von politikverdrossenen Leuten heranziehen. Weil das halte ich für brandgefährlich. Das Problem ist, ich habe jetzt noch ungefähr neun Minuten, aber ich habe einfach soweit nichts mehr zu meiner Person zu sagen. Und ich hoffe, dass es nachher noch Fragen gibt, weil ich möchte Ihnen ungern zwölf Minuten lang ein Ohr abkauen. Deswegen Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Also ich möchte mich erstmal für die Einladung und auch für die Zeit bedanken, die Sie uns allen gegeben haben. Natürlich bedanke ich mich auch bei Herrn Milde für die Wahlempfehlung. Ich kann auch nur sagen, wählen Sie parteilos. Das Wortspiel musste ich noch unterbringen, sonst hätte ich hier Ärger aus der zweiten Reihe bekommen. Nein, ganz wichtig ist, ich weiß, es geht an die Falschen, weil Sie gehen wahrscheinlich alle wählen, sonst würden Sie jetzt nicht hier sitzen. Aber schnappen Sie sich alle Familienmitglieder, die Sie haben und zerren die zur Wahl, egal was passiert. Wenn wir eine Wahlbeteiligung von 40 Prozent kriegen, dann müssen wir uns wirklich in Grund und Boden schämen und uns fragen, was wir alle falsch gemacht haben. Deswegen unbedingt wählen gehen und am Ende ist es mir gar nicht so wichtig, ob Sie das Kreuz bei mir setzen oder bei jemand anderem. Sie sollten das wählen, wovon Sie überzeugt sind und die Person wählen, die Ihrer Meinung nach Ihre Interessen am besten vertritt. Aber Hauptsache, Sie gehen überhaupt zur Wahl. Vielen Dank. Vielen Dank.